hallo liebe freunde von paris finder kingmaker hier sind wir zurück unserem kleinen abenteuer spielchen hier und werden jetzt versuchen ja mehr über den herrschkönig rauszufinden wir sind jetzt hier kurz vor seinen toren vermutlich und versuchen ein bisschen aufzumischen und aufmischen zu lassen mal gucken was passiert wenn wir seiner truppe begegnen oder ihm selbst keine ahnung sonst hier auf der karte wartet die ziemlich groß okay dann müssen wir auf jeden fall vorsichtig sein da sind zombies okay den relativ stark überkört können überkörder verschöpfung kränkelnd anzeugen und gegen geistes beeinflussung okay damit können wir den also nicht kommen hier stelle ich mal zur seite du tarn dich mal bist du vorne du machst dir selbst schild der ist defensiv okay fernangriffe gegen zombies wirken werden wir sehen ja solche geschichten kann man da leider nicht versuchen das bringt nix sie will never see me come mhm adventure call to them i wrote it grotes erwakes us hier as you order patience die stellt sich besser hinter die nicht seitlich macht man gerade überlegen aber ich brauche da auch was anderes wir brauchen vielleicht doch im nahkampf er die ganzen zombies dreht ja meistens in so horden auf wäre es vielleicht besser wenn wir alle rücken an rücken sind und wir schalten das mal aus hier das rennen die gleich auf den gegner zu statt erst mal abzuwarten wir gehen damit ihr vor der zauberer dauert nur weil wir können es mal versuchen ich könnte noch das versuchen nächster umgebung jetzt noch einer als sind ein haufen zombies so die zaubert hat getroffen sondern verziehe ich die gehen auf octavia die hat noch drei sekunden die macht erstmal gar nichts sie zaubern noch die macht den sturmangriff ok lehnt sie noch zwei sekunden sie macht den orkanbogen sie jetzt abzieht im zauber weg ok so haben wir jetzt schon erst erledigt denn die den den können wir's nochmal gucken haben wir noch kassiert octavia macht diesen dieses ding gar nicht so schlecht dass man ganz gut schaden schnappt ihr den erledigt wir haben noch muss man gucken jetzt noch schild des glaubens lauter zombies kommen und vielleicht alle noch mal eine kleine verstärkung nehmen und noch mal heilzauber die wärme wohl brauchen könnte man auch mit so einem säureangriff da was machen das sind ja mal mehrere ausprobieren so die order so okay alle sind so halbwegs beieinander die sind bestimmt noch mehr von diesem einst haben wir kommt selten allein hier scheint nichts mehr zu sein es ist hier also in die richtung auf jetzt hier lang so hat die klappe einfach dazu lachen stoppt die hat in ihrer gefangenschaft sind einen anderen schaden bekommen ich kann die das noch mal machen 50 schaden nicht schlecht sondern verpiste ich wieder nein ihr bleibt jetzt erstmal hier okay das könnt ihr gleich machen und tote verletzten ich glaube dass es gegen zum ist gar nicht so schlecht macht das auf sich selbst erst mal so könnte man das mal ausprobieren hier gegen die fische mir die herzlich im hintergrund bereitet künstler erst noch mal entfernen griff machen dann machst du jetzt schwer angriff auf den so octavia ist noch dann bei mir ist auch noch dabei zombie fürst okay wo der ist besonders gefährlich so harim dann zeigt man was du hier kannst und tote verletzen die haben sich gerettet mit dem willenswurf die dann am schaden gekriegt wie weit muss sie da weg sein siebzehn schaden schlecht mit dem bogen sehr gut so weiter geht's ja wir gehen besser hier rum laufen unsere eigene falle in dem schmieren hat wohl funktioniert das hat die zombies verlangsamt gut am jahre keine hier bestimmt auch noch mal welche oh ja mein gott was ist denn das für eine gegend warum hat er hier dieser hirschvogel hier lauter zombies um sich herum nicht auch noch ein toter so hat geklappt und ziehe ich zurück halt die rennen immer gleich los so dreht dich um bleibt erstmal hier stehen die gehen alle auf valerie sehr gut mir bleibt mal hier dann kann sie hier gleich durch rennen sie schießt auf den es ist gut wo sind sie das wirkt ja bei denen nicht du singst noch mal du machst das noch mal hier ist noch mal so ein zombie fürst jetzt hier angreif so 20 schaden sehr schön stopp 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 noch nicht so viel hier zombie fürst der ist gefährlich ich kann ihm das noch mal machen ich kann mal ein monster bald zaubert vielleicht brauchen wir ein bisschen unterstützung hier so der zauber hat auch einige zombies geschadet aber nicht viel aber nicht viel haben das schon bald wieder hinüber bringt das nochmals das das wird gegen die wahrscheinlich nicht ich will ein rettung ok repent matsch ok der ist weg ich brauche mir jetzt eher ihre kampfkraft und machen sie mal den kampfrausch da wer schießt weiter ja auf denen du musst ein bisschen aushalten und das was hier zum gestürzt so an auf den letzten drauf jawohl valerie hat ihn erledigt ganz schöner nicht ja das ende ist nah es geht ja mire nimmt auch mal was mit der gedauert abgekriegt so patience ich fühlte es besser gegen zombies wollte ich jetzt weiß ich denn die ganzen heilszauber hier ist fehlgeschlagen sich dann wirkt ihn auf dich selbst also das ja okay also okay dann macht er noch mal segnen so gehen wir mal vor hier einiges erledigt haben was 700 ok dann haben die hier erledigt die zermis hat hier so teure sachen rumliegen okay vielleicht waren das leute vom hirschkönig oder normale reisende wer weiß es sind gebäude die karte zu ende hat ja auch eine gute sicht aus dem haben wir ein bisschen gebustet dem adler hier okay dieses karten ende hier scheint jemand mehr zu sein die oben ist auch karten ende ja diese gute laune die man verbreitet sich großartig dann geht mal alle dahin da wollen wir mal zwischenspeichern mit uns hier das nicht komplett um die ohren fliegt erfolg den wir bisher zumindest hatten mal gucken was als nächstes kommt diese gebäude röste auch keine tiefe ruinen sind hoch was ist das teil der hansche krieger kennungsmarke antiquitäten händler an krieg die ja wie es schon aktivitäten händler ok hier waren wir schon in steine nebel und sonst nix hier ist ein graben rechte bookraben hier oder was nicht schon irgendwo mauern zu sein oder palisaden dann ist das hier die festung des hirschkönigs für uns hier sieht man ja so eine art mauer ja ja ok dann haben wir jetzt unter schlupf entdeckt so wie es aussieht uiuiuiuiuiui was warum stehen jetzt alle da ist irgendwie wir können hier rein weil die palisade kaputt ist okay mit dem erst mal gucken was hier ist an der stelle ich glaube hier im moment einlaufen ok hier geht es nicht weiter dann könnten wir hier also rein schlüpfen in die festung unseres feindes athletic 20 müsste eigentlich gehen shit wir haben die aufgeschreckt das sollte so nicht laufen mann alle würfe fehlgeschlagen das kannst du ja vergessen jetzt die sind da kommen heimlich nicht mehr rein naja das ist das kannst du vergessen jetzt da brauchst du gar nichts mehr machen die wissen jetzt dass wir hier sind das hat gar keinen sinn jetzt mehr da würde ich mal ganz und rollenspiel typisch machen wir laden den scheiß hier noch mal da brauchen wir jetzt nicht mehr weitermachen wir brauchen die überraschung auf unserem weg hier und müssen gucken dass wir jeden soviel gegner wie möglich einzeln und heimlich niederringen weil ich denke mal hier wenn das alles festdruck ist vom hirschkönig wird es hier voll sein mit gegnern und dass wir die nacheinander fertig machen ich kann mir hier dieses lied des erfolgsmann machen dass wir mehr glück haben versuchen es nochmal jetzt hat es geklappt das ledig wohl vor erfolgreich wenn wir noch 20 gewürfelt so jetzt ist das hier akiros ins mord wir haben besuch ein großer mann mit breiten schultern vorzeichen glaubt da starte ich an geht aber nicht zum angriff über ihr müsst der gesandte aus restdorf sein von dem ich schon so viel gehört habe ich kann ich vermutlich nicht bitten einfach die festung in frieden zu verlassen im namen ihrer stil sondern anderen gottheit eurer wahl wir müssen die sache also wohl anders regeln akiros hebt ein schwert und lässt sich nicht aus den augen wer seid ihr akiros ins mord die rechte hand des hirschkönigs also wollen wir weiter freundlichkeiten austauschen und zieht euch hinter der mauer zurück oder noch besser zurück nach restdorf aber warum greift er uns nicht an die könnten den ich höre teure stimmen zittern als ich ihr das hieß name ausgesprochen habt warum arbeitet der diener eines gütigen gotts mit banditen zusammen akiros wenn ihr den blick habt ein diener von es ist lange lange her viele jahre und viele gräueltaten ist es her nach einem augenblick des schweigens blickt der mann die entschlossen in die augen ich sage euch was ich werde meine sünden nicht gestehen glaubt mir sie sind zahlreich und schwer aber ich kann vielleicht dennoch etwas gutes beitragen ich habe keine hoffnung die vergebung meines gottes zu gewinnen aber wenn ihr diese gefilde vom hirschkönig befreien wollt werde ich euch helfen oha wartet ihr habt gerade die rechtheit des hirschkönigs überzeugt auf eure seite zu wechseln gut gemacht dann kommt da ja ich hoffe ich bereue diese entscheidung nicht der begegnet offen verraten aber warum hat er die schnauze voll oder braucht das hat eigentliches süppchen fällt uns nach dem rücken man weiß nicht aber wenn er das hier schon tut ich denke ich werde hier bis zum beginn der festlichkeiten warten ich werde hier sein wenn der hirschkönig sich zeigt okay der mischt also nicht aktiv mit sondern will irgendwann dazu stoßen spannen okay also zumindest einen und fährt von des hirschkönigs männern auf unserer seite diesen nagerfeuer dann wenn hier wachen sein ist auch hier eine palisane das hat mit dem fährt hier aus ich kann mit dem reden kommt auf unsere seite reite mit uns interessant so bevor wir nochmal über die nauer klettern müssen wie doof ok hier haben ein paar die schon drauf wollt der kann waghalsige kampfverhaltung heftiger angriff hat aber keine gute rüstung das ist ein barbar hat ein zweihänder ok in due time wie habe ich meine gruppe aufgestellten haben warum das oktober von schwach sind das ist noch fahren also irgendwas ist hier verstellt keine ahnung wie schön für dich mal sehen ob wir den anlocken können dass er auf uns zustürmt müssen natürlich hier gucken dass die alle stehen bleiben wir wagen mal einen schuss beziehungsweise nee wir waren gar nix ihr habt da keine lieder mehr ok natürlich schwierig auf der karte können wir nicht pause machen so mal gucken ob du ihn angreifen kannst natürlich daneben und dann verkrümmel ich schnell wieder mal sehen ob das hinterher läuft ihr bleibt mal schön da stehen leute freunde lassen auf euch zukommen hier haben wir die ganze horde angelegt angelockt ein großer bandit hier haben wir so ein sperrkämpfer was das ist und hier haben wir an alchemisten das ist übel die alchemist ist übel aber wir müssen sich das erst mal um den hier kümmern und da gibt es noch einen bullen stärker auf amiri dann können wir mal ausprobieren wie das wirkt das hat getroffen zwei und vier schaden als zwei geschosse sind das gewirkt ja amerikaner ist auch mit dem das hat 15 scheinbar amiri gemacht er ziehe ich besser mal wieder zurück der hat irgendwas gemacht fürchterlichen achten fall den zauber gewirkt oder irgendjemand scheiße ok das ist jetzt blöd ok ja wohl geklappt so auf den drauf schnappt euch den alchemisten ok der bogenschütze den haben wir schön getroffen ist nicht mehr so ganz gefährlich wir müssen diesen verdammten optimisten hier ausschalten das ist am schlimmsten der macht schon mal was kann hier oh man das ist aber keine schöne sache hier der fliegt du scheiße der fliegt du scheiße misst die schlacht haben wir verloren das bringt nichts der schlägt jetzt alarm verloren das war's dann müssen wir nochmal neu starten wir müssen also verhindern dass der alarm schlägt ok oh das sind seine gehilfen das sind die gefährlichsten von allen gut dann wissen wir das jetzt also auch wo kommen wir nicht weiter wenn wir die alle auf zack sind dann kommen wir gegen die nicht zusammen an das glaube ich nicht wir haben jetzt schon diese räuber nicht ganz geschafft dann müssen wir uns eine andere taktik überlegen mal gucken ob das geht so 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 Den hier. Ach, halt die Klappe, McNug. Mach einfach. Greif den an. Die Organe beeinflusst von dem. Ja. Ja. Miss. Miss. Geht nicht. Könnte ich das noch auf den hier machen? Ne. Hm. Okay. Oh. Den müssen wir auf jeden Fall erledigen. Das war's. Der ist schon wieder einankommen. Das heißt... Ja, das ist... Ist egal. So. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner entkommt. Okay, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich habe es geschrieben, so wie ich es gesehen habe. Lissana, Daniel. Hona, Diana. Now. J Mann, die ist mit mir. Ja! Ja! Der ist gefangen. Das ist für dich. Hm. They go down! Calm down. Not dead yet. Ha! 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 Okay, wir sind jetzt in unserer eigenen Falle gefangen, aber wir können uns jetzt erstmal hier zurückziehen. Ha! 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 Valerie hat jetzt hier hingehauen. Die dürfte aber gleich wieder aufstehen. Genau wie Harim. Die Rettungswürfe machen. Mich hat ja gar nicht schon erwischt, okay. Okay. Halszauber haben wir immer viele, Petro. Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious? Yes, don't hesitate. Lindsay the Great! All according to play. Das war ein alter Kampf jetzt. Wuff. Was haben wir denn hier gekriegt? Obst. Und genommen der Scheiss. Säure? Ja, für diesen Alchemisten. Ihr Kleine misst gerne hier mit einer normalen Armbrust. Ja, das bringt nichts. Das schleppen wir jetzt nicht mit uns rum, okay. So. So. Mal gucken. Hier liegen immer Bretter rum und sowas. Die scheinen hier zu bauen, ihre komische Festung. Was ist das hier? Oh. Hm. Das können wir brauchen. Das nehmen wir auch mit Gold. Wahrscheinlich alles irgendwie Beute. Oh, hier sind Banditen. Gut. Sie ist getarnt. Wegen ein bisschen Loot möchte ich jetzt hier kein Gefecht riskieren. Wir sind schon ein bisschen runtergekommen hier. Okay. Alle angeschlagen hier. Fokus auf die Gold. Magisch können wir nicht mehr viel machen. Ne. Ähm. Warte mal. Ihr könnt das hier nochmal gebrauchen. Und auch nochmal Heilung. Er auch. Jeder kann uns gerade mal gebrauchen. Ist aber Octavia. Kann sie jetzt nur ein Zauber machen. Ist das für sie zu schwierig. Das ist zu schwierig für sie. Das ist ein Ding. Und mit dem Stab? Das hat funktioniert. Hm. Merkwürdig. Okay. Na gut. Hm. Äh. Sie hat noch magisches Geschoss hier. Und Fallen finden wir uns jetzt wohl hier nicht so viel bringen. Hm. Hm. Nächste Umgebung. Das ist immer das Blöde. So. Den Kampf haben wir überlebt. Hm. Also hier sind noch Wachen am Tor. Okay. Mal schauen wie wir weiter vorgehen. Hier lang. Hier geht es ja direkt zum Hirschkönig. Das wäre nicht so gut glaube ich. Mal gucken wie viele jetzt hier sind. Und wir müssen also immer aufpassen, dass keiner entkommt. Damit der keinen Alarm schlägt. Das ist natürlich übel. Hier wird sicherlich noch einer. Und das ist hier. Hier ist ein Bär. Eulenbär. Äh. So aussieht euliger. Ein einfacher großer Pferdchen. Großes Tier. jetzt kann man den ja freilassen und dann kann der verwirrung hier in dem ort stift natürlich auch eine idee hier ist noch mal ein lagerfeuer hier sind baditen okay können wir die hier so rüberbringen geh mal dahin da oben kommt einer verschwinde starb okay interessant das ist was wir octavia okay was ist das im volk der natürlichen rüstung dieser mulett gewährten träger eine natürliche richtung so ein bisschen plus 1 auf die rüstungsklasse können sie geben wird das was bringen dann hat sie 19 jetzt haben wir es ihr gegeben moment bringt was bei ihr 20 lass uns mal so guck mal was passiert wenn sie jetzt hier so halb unsichtbar machen time is not waiting one shouldn't brag about a big sword they can carry i am your shield i am prepared no mistakes um stelle ich immer mal es ausprobieren ich weiß nicht ob es jetzt schon sinn macht oder eine total bescheuerte idee ist wenn sie es jetzt nur unsichtbar und getan sie müsste jetzt eigentlich theoretisch nicht sichtbar sein und ich geht den hier wache um er geht dann hier wieder zurück und schnell 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 weg jetzt ich kann sie hier dieses tür die tür auf machen diesen rollenbär freilassen nein was macht ihr denn die idioten mal sehen was passiert ah scheiße so was macht er jetzt der greift uns an wir haben aber gerade ab hier wir müssen mal sehen was der ach wenn sie jetzt machst du da die bewegen sich alle leider nicht so wie sie es sollten das macht er jetzt die banditen an ja wir gehen jetzt gerade egal also der eulenbär greift jeden an auf uns von daher bringt es nichts in freien zu lassen weil er geht dann direkt auf uns schade ich habe gedacht dass er eher die banditen angreift tut also nicht von daher bringt es das nichts ok schade da müssen wir uns hier so vorarbeiten da müssen wir uns hier so vorarbeiten ja Ah, mich zu spät. Ach du Scheiße, jetzt kommen wir noch Wölfe dazu. Ich glaube wir brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Ach, den Linzi da, bescheuertes. Die soll hier links... Die machen wieder irgendwie ein bisschen was zu wollen. Ich glaube wir dürfen mal erledigt haben. Hm, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr habt euch ja wieder mit rumgekleckert hier. Die machen irgendwie alle was zu wollen. Reis. Na gut. Das ist das hier. Hm. Das ist das hier. Das ist das hier. Das ist das hier. Ich werde dich nicht aufbauen. So, mal gucken, was haben wir noch, was uns das bringt hier. Ja, damit hat sie ja Probleme und dann geht mir das lieber Harin. Das ist aber auch wieder auf mies gewürfelt. Vier Trefferpunkte. Alter Falter. Das bringt ja gar nichts, ey. Dann kannst du hier auch mal... Mit. War auch nicht so toll. Super. Und was ist das nochmal? Hm 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 hm. Okay, das finde ich auch nicht schlecht. Könnte man mal ausprobieren für den nächsten Angriff. So was haben wir hier. Wiegt aber relativ viel ne. Kann man immer noch sammeln. Hier sind wahrscheinlich auch noch Räuber. Könnte man hier rüber, dass man hier durchgehen kann, ja. Schild des Glaubens, das ist gut. Schild des Glaubens. Das ist nicht weit. Hier sind noch zwei. Drei, okay. Ne, mehr. Oh, hier sind noch mehr. Ist ja irgendwann einer Alchemist von denen, ne. Okay, dann ziehe ich wieder zurück. Und brennen die immer gleich alle los. Ach, Quatsch. Wo ist Amiri? Ich will erstmal hier hin. So, warte mal. Der kommt hier an. Wo ist ein Bogenschütze? Da. So. Schnapp dir den. Den müssen wir ausschalten. Du machst einen Sturmangriff hier auf ihn. Okay, Harim. Räuft ihn hier an? Was ein Wast. Nee, du wolltest doch eigentlich das machen. Warte. Zähigkeitsrettung. Okay. Gut. Oh, Samiri. Geht nicht. Die muss sich lösen. Oh, Samiri. Scheiße, ihr müsst ihn erledigen. Gut, dass sie so gut zuschlagen kann. Deck, 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 da vorne. Nichts wertvolles dabei. So, okay. Puh, haben wir das hier auch überstanden? Wir tasten uns so schrittweise vor. Das heißt, das Tor ist eigentlich jetzt frei. Und die müssen wir hier in diese Ecke zurück. Hier scheint keiner mehr zu sein. Wir haben alle umgebracht. Hier ist noch irgendwas. Ich will hier noch Schritte. Das ist der Typ, der immer hier langläuft. Was bringt das? Äh. Äh. Die Klefe. Mhm. Das kriegt sie nicht auf. Scheiße, die sie noch nochmal machen. Ein Umhang. Resistenzumhang plus eins. Oh, nice. Dann kriegt sie nochmal Resistenzen. Auf alle Rettungswürfe. Ein plus eins. Okay. Nicht schlecht. Wohl braucht sie das. Ich glaube, das könnte Harim eher gebrauchen, ne? Der kriegt immer ziemlich viel ab. Nee, so geht das nicht. So. Plus eins auf Rettungswürfe. So. So. Eine Klefe. Okay. Stab verschwinden. Hm. Ah. Valeriert wird abgekriegt. So. Plus zehn. Na, so viel haben wir aber da nicht mehr. Müssen wir aufpassen. Hm. Ich glaube, das magische Geschoss werde ich lieber nochmal behalten. Yes. I'm still here. Ich habe leider keinen großartigen Zauber mehr im Petto. Und die, die wir haben, würde ich mir lieber aufbewahren. Okay. Also hier sind noch Wachen. Hier sind noch Wachen. Hm. Und hier war ja irgendwo das Haus von Hirschkönig. Komm mal hier rein. Nee, ne. Halt! Gott, warum rennen die immer direkt los? Können wir sie, was ist das? Hier so hinstellen. Schwere Befestigung. Jetzt haben wir vorher. Hm. 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 Können wir hier nicht durchgehen? Nee. Können wir hier nicht vorbei? Nee. 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 Du musst hier lang gehen. Ah. Hm. Ja, nehmen wir diesen Eulenbär. Der hat uns leider auch nichts hilft. Gucken wir mal, was hier so auf der Seite ist. Der ist ja noch so ein Stall hier, oder was das ist. Hier sind Banditen, okay. Hier geht dieser Idiot einfach nur noch auf und ab. Oh, ein Illusionist. Nur mal hier einen Blick hinwerfen. Jetzt gehen wir zurück. Shit. Okay, das haben wir gesehen. Zu spät. Geht das eh egal. Komm, lauf, lauf, lauf. So. Ja, Mary geht schon mal direkt drauf. Auf die Typen. Ja, Lindsey, hau ab. Daneben. Sehr gut. Ja. Illusionist shit. You can't stop me. This spell doesn't work like that. Stay behind me. Won't kill me. Consider me provoked. Lothamiri, hier. Heilig. Shit! Zurückziehen. Wir ziehen uns zurück. Du auch. Sollst sie kommen? Hm, hm, hm. Quatsch. Hä? Was ist denn jetzt? Okay, warum will die dauernd nach vorennen? Mensch, du blöde Kuh, geh nach hinten. So, jetzt haben wir sie hier in den Bereich. Kann sie denn jetzt nehmen, ne? Warum kann jetzt keine Heiltrinke nehmen? Ja, du bist nicht, hm, ich muss näher ran. Hey, hilft dir jetzt selbst, mein Gott. Also, kann man sich den so blöd anstellen? Kann die keine Heiltrinke benutzen? Hä? Hm. 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 knack machst eigentlich mal einen angriff darum zu stehen lauter fernkämpfer natürlich das ist blöd magische schotten das sind alle 100 der entkommt zu spät ja das ist das überstehen wir ohne amiri kommen dass hier vergessen das ist unsere beste einzelkämpfer nicht überstehen das bringt nichts jetzt ein bisschen unfair aber müssen jetzt gucken dass wir noch mal an das bringt alles nichts okay da müssen wir uns für die nächste folge aus überlegen wie mir weiter vorgehen gegen den hirschkönig und das gucken wir dann in der nächsten folge uns an wenn es hier heißt sie der paar seiner kingmaker wie killen wir den hirschkönig vielen dank fürs zuschauen und bei bei